Hallihallo, herzlich willkommen zurück. Es geht endlich weiter hier und... Ja, ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen wieder an die Steuerung hier gewöhnen. Die war doch etwas gewöhnungsbedürftig, muss ich mal sagen. Hab ich vorher gar nicht so mitgekriegt, dass die so kacke ist. Ah, hier geht's hoch, okay. Hoffe ich doch mal. Oder auch nicht, hä? Ja, endlich geht's weiter, ich hab das ja auch schon... Ah, okay, 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 okay. Ich hab das ja auch schon im Assassin's Creed Teil erwähnt, dass ich da einige Sachen machen musste. Und ich hab null Plan, wie ich da hochkomme. Äh, ich probier einfach mal einiges aus und da bin ich auch schon oben. Muss ich jetzt da an die Stange da, oder? Ja, scheint so. Ah, okay. Oh Gott, die Steuerung ist ja echt... Blöde. Ähm... Weiß gar nicht, was ich da jetzt so... Nein! Ja klar, wieso sterb ich in der kleinen Höhe, alter? Ähm... 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 Ja gut, ich wollte grad sagen, der wird mich schon irgendwo hinleiten hier. Aha, okay. Ja, und jetzt? Nein! Ey, das war voll die falsche Taste! Ich wollte eigentlich, ähm... Diese Fernkamera machen. Und jetzt weiß ich aber nicht, welche Taste das ist. Und ich weiß... Ach, da, da, ja, 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 jetzt hab ich bessere Sicht, danke. Da ist ne Leiter, okay. Bo, 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 wie komm ich jetzt bloß da hin? Ob ich das so schaffe? Oh, jetzt noch mal so. Irgendwie müssen wir das ja jetzt hinkriegen hier. Und dann muss ich vielleicht erst an die... ...Stange. Ah, wir versuchen das jetzt einfach mal so. Ne, ne, du sollst schon... So ist schon richtig. So, Gott, aber das schafft er doch nie im Leben da hoch. Ach doch, schafft er ja doch. Ha, cool. Coole Sache. Aha, und jetzt an die Stange da, schätze ich mal. Und dann da an die Leiter. Okay. Hep. Nee, nee, du sollst jetzt nicht schwingen. Nein, das ist doch auch kompletter Blödsinn, was ich hier mache. Ah, nee. Kacke, wenn man ein Spiel länger nicht gespielt hat. Und wenn dann so was ist, von der Steuerung her ist das echt Mist. So, wo darf ich nur hin? Wandlauf? Nee, dein Ernst jetzt, oder? Aber ich kann meine Maus auch gar nicht bewegen, die Kamera sieht. Das heißt, ich muss hier rein. Aha, okay, und nun? Ja, hä? Ja, hä? Wie denn jetzt? Ah, okay, gut. Er hat es doch geschafft. Super. Ah ja, okay. Wir kriegen das schon hin, denke ich, irgendwann. Ich spring da jetzt ganz bestimmt nicht rüber. Oder? Ah, ich muss da rüber. Oh, hallo. Na dann, caramba. Oh, das geht ja doch. Und nun? Ah, verdammte Kacke hier. Nein, nein, nein. Komm, du mal. Wieder schön hoch. Oh, wei, ei. Das war sowas von falsch. Oh, da geht's ja hoch. Okay, ich hab's gefunden, wo ich hin muss, glaub ich. Oder auch nicht, hä? Äh? Äh? Nee, das war falsch. Ah, oh Mann. Ähm, auch nicht. Aber da geht's doch, glaub ich, hoch. Ey, Leute, wartet jetzt mal. Ich muss jetzt echt mal nach dieser scheiß Steuerung gucken. Ähm. Äh, bam, 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 bam. Okay, ähm, F war das. F und Q, okay. F und Q, F und Q, okay. Äh, wo? Ah, schon, ah, die Kamerasicht ist doch schon besser. Da oben ist was. Ähm. Ja, aber, ach so, wartet. Ich glaub, ich hab's. Ja, sehr schön. Okay. Also, wenn man das so sieht, ich hab eigentlich gedacht, die Palme hängt da irgendwie so runter. Aber okay. Ja, und nun? Soll ich das drehen jetzt hier so lang, oder wie? Ich hab keine Ahnung. Ah, okay. Ja, sicher, ging da eine Tür auf. Und jetzt springe ich da rüber, oder was? Oh, ja, klasse. Nochmal, nochmal, nochmal. Yay. Oh, endlich. Endlich haben wir's geschafft. Soll... Soll ich mich jetzt da... Ähm... Soll ich mich da jetzt fein lassen? Hat mir... Hat mir die Vision das gezeigt, oder? Ja, ich weiß nicht so richtig. Ich glaub, ja, jetzt kann ich hier runter, okay? Wow, okay. Oh, du lässt mich nie so springen. Oh, bitte. Bitter. C war, glaub ich, fein lassen, oder? Ja, okay. Äh, die Kamerasicht ist ja mal übelst asi. Soll ich hier vielleicht irgendwas machen? Ah, gut, die Alte muss ja auch hinterher kommen. Danke. Ja, ja. Überlass mir nur wieder die Arbeit. So, jetzt gehen wir in die Tür. Oh, latscht da in die Tür da rein, Mann. Wenn ihr mir bis hierher geglaubt habt, so glaubt ihr mir vielleicht auch, dass mich das Mädchen auf unserem Weg durch die mondbeschienenen Ruinen immer stärker anzog. Meine Vernunft sagte mir, dass ich ihr nicht trauen sollte, dass sie allen Grund hatte, mich zu hassen. Doch sie schien eine treue Begleiterin zu sein. Hey, kaputt. Hey, kaputt. Wie viel kommen noch hier von den Dängern. Ah, jetzt. Okay, hier ist nix. Hier ist auch nix. Ah, hier ist ja so ein Loch, wo sie durchkriechen kann. Okay, anscheinend kommen wir hier nicht weiter. Also weiter, runter. Hier kommen wir auch nicht weiter. Sehr doof. Hä? Ähm, jetzt bin ich kleines bisschen überfragt. So ein bisschen. Hm. Was? So, hier geht's auch nix weiter. Ähm, hör ich das bloß, oder hört ihr das auch, dieses Summen? Kann ich dort rein? Nee, nee, nicht so wirklich. Bäh. Das ist jetzt aber doof, ehrlich. Ich hab grad keine Ahnung. Ach, da ist ein... Oh, ja, sagt mir das doch, ey. Haha, Mann. Halt, ich muss da irgendwie hoch. Okay, dann machen wir das von hier aus. Auch nicht. Äh. Da ist so ein Zeichen. Ich seh das. Ja, ja. Aber... Hm. Wie komm ich denn da hoch? Fragezeichen. Bäh. Das ist schon wieder assi, ey. Hä? Ja gut, aber... Der Vorsprung wird ja auch jetzt nicht hier umsonst da sein, oder? Ah, ich weiß was. Ich weiß was. So. Alles klärchen. Hehehehe. Och, ja. Warum, weil, bin ich nie immer so schlau. Fantastisch. Stellt euch auf die Druckflöte, ja? Stellt dich nie so blöd an. Irgendwas ist jetzt aufgegangen. Ich schätze mal die Tür hier unten. Naja. Dacht ich mir doch. Ich weiß nicht. Könnt ihr euch nicht durch einen Spalt oder so zwängen? Ehrlich. Die macht schon wieder anstalten hier. Es geht gar nicht. Das geht, ne? Oh Gott, jetzt muss ich wieder beeilen, oder? Oh ja, klar. Ich hab ja auch sonst keine Probleme, irgendwie. Ach, das geht ja jetzt nie so, wirklich. Oh, jetzt bin ich... Äh, das ist bitter. Äh, wie macht man das so am blödsten? Ja, ich muss ja auch genau dort immer lang gehen. Ich würde sagen, ich fang hier gar nochmal ganz von vorne an. Los, noch ein bisschen zurück, noch ein bisschen zurück. So. Ja, das war wieder so klar. Bleib liegen, bleib liegen, bleib liegen. Äh. Hä, warum steht denn der jetzt nicht auf? Ach, jetzt also. Fail man. Aber ich glaube, ich kann das hier gleich nochmal ziehen. So. Und jetzt nochmal das Ganze. Oder wir machen noch was ganz anderes. Okay, hier bin ich jetzt schon mal. Aber wie soll ich denn da... Wie soll ich da rüberkommen? Ob ich einfach da rüberspringe? Ne, das hilft ohne so wirklich. Ja. Oh, aber fast. Fast, fast, fast. Fast. Okay, ähm... Ich würde sagen, wir machen dann hier... Also, ich lasse mich jetzt vielleicht nochmal sterben. Und dann fangen wir hier im nächsten Part wieder an. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.